Nun haben wir das als Gesellschaft mit unserer Konsumorientierung entsprechend umgedeutet, wie es uns passt in Anführungszeichen und haben das nicht zur Zeit der Abstinenz gemacht, sondern zur Zeit des schon Vorkonsums. Wie schafft man es deiner Meinung nach als einzelne Person, sich da rauszuziehen? Weil ich meine, es folgt eine Weihnachtsfeier auf die nächste, jetzt in diesem Jahr nicht so sehr, aber die Weihnachtsmärkte treffen auf den Weihnachtsmärkten. Man ist eigentlich schon nicht nur im Vorbereitungsstress, wie du es gesagt hast, sondern eigentlich schon im Konsumieren-Stress. Und wie kann man sich deiner Meinung nach da etwas entziehen, um diesen Kontrast letztendlich zu halten? Ich glaube, darauf kommt es ja dann an, dass man die Weihnachtszeit wirklich als etwas Besonderes wahrnehmen kann. Und das kann ich ja schlecht, wenn ich quasi jeden Advent schon so gefeiert habe wie ein Weihnachtsfest. Ja, eins ist sicher gut, diese Adventsfeiern, wo es eigentlich darum ging, diese Lieder zu singen auch. Diese Lieder, die von der Sehnsucht nach Weihnachten sprechen und dass man sich Weihnachtsgeschichten vorliest. Und dann kann man sicherlich sich auf dieses Schenken konzentrieren. Man kann sich auf dieses Backen konzentrieren, was ja eine schöne Vorbereitung ist. Und was insbesondere viel Disziplin verlangt, wenn man ein Plätzchen packt, dass man sie nicht gleich alle isst. Und das gibt eine Menge Übungen, die man da machen kann in der Beziehung. Auch mal wieder sich hinsetzen und was lesen in aller Ruhe. Und bei einer Kerze abends zusammensitzen. Und bei einer Kerze abends zusammengeschlapp Dentist. Und bei einer Kerze abends zusammensitzen.